Das Ding ist... Das Ding ist... Heute spielen wir wieder Fortnite, aber Wicks Kopfgeld Das Gute ist er hat halt den passenden Skin Ich zwar nicht, aber Joah Nicht schlimm Und er sagt halt, dass man den Gleiter noch bekommen kann. Ich hab ihn halt schon Aber wir versuchen ihn halt ihn auch noch zu holen. Man muss siegen also gewinnen Boah Boah Null, was ist das für ein letzter Fortbyte Spike Zwei sind's Na, bei mir wurde halt einfach gerade jeder einzelne Fortbyte eingezägt. Auch die die noch gesperrt sind Alles klar Man muss nicht zugänglich indem du mit dem Hänggleiter Recher durch die Ringe unter der südlichen Himmelsplattform fliegst Ja, Problem wenn man den Gleiter halt nicht hat, ne? Ich hab ihn Ich bin Stufe 89 Mach doch mal bitte bereit Ja, okay Endlich Ja, falls ihr nicht wisst, wie dieser Modus funktioniert Ähm Leute töten Leute töten, geben gleich Kopfgeld Münzen und am meisten Münzen oder letzter Überlebender gewinnt Nein Nein Bei 300 Münzen hat sie auch auf Ne, bei 500 Bei 300 Ja, entweder man hat alle Münzen oder 300 oder man tötet alle und das hat jetzt die Überlebende Ja Tja, aber du musst überlegen Jeder hat auch drei äh, response Ja, aber Plus team Ja, also Aber ich hatte den Sieg so gemacht Ich hatte am meisten Münzen bin gestorben auf einmal hatte ich den Gleiter Ich hab gewonnen Obwohl ich tot war Komplett Ey Er hat auch den Russen Torn Du wusste da ist Das pleasant Ähm Ah Wo ist diese Ente Ähm Irgendwo unter uns ähm Wasser da Ja Man sieht sie von hier nicht Schade Ich Ich muss halt die Sound so leise haben Ist jetzt eigentlich im Kontinent im äh Tilted wieder Schießverbot Ja Okay Ich hatte gestern Ich dachte gestern das würde nicht funktionieren aber es hat einfach funktioniert das war so Bitter Der Demi mit so einem schwarzen Anzug ist voll geil Äh Ich muss unten landen Tja schön Ach ja ich hab keine bessere Punkt Auch nun Sturmgewehr vernünftiges Ich hole mir mal die ersten Gegner Warte ich jetzt Ach ja heute das ist das übrigens mal eine allererste Runde heute Na also ich erfinde ich erfinde also Teammethods und Oh Okay ich hab direkt mit äh auch jemanden Zielfernrohr Ja man Ich bin eine Maschinenhalter Wo sind die Äh Genau Chill ich mach ein Kamikaze Angriff und dann nehme ich mir die auseinander Alter noch mehr schwitzen kann man nicht oder was Die schwitzen durch dich ne Ja das Problem ist du gehst direkt rein Alter Und dadurch bist du halt gestorben Wohin Ach du bist wieder pleasant Ja dieser Revolver hat den ersten Hit getroffen das war gut aber Versuch die dann vielleicht abzulenken Achso ja ok Ist ja einfach in einem anderen Haus Oh meine Lieblingswaffe Welche Revolver Also Zielfernrohr Revolver Der ist so geil Dann haben wir auch Hast du ein Gold? Ne ein Lido Ah ich hab ein Gold Alter wäre ich hier nicht runtergefallen Oh ich werde riesig Er hat mich durch eine Wand gehörte Das merke ich mir so hart Alter was ist das für ein Schwitzer Neger wie konnte er mich so treffen Das Problem ist halt ich höre die Sounds Nein wir gehen Loot Lake Wir gehen Loot Lake Wir gehen Loot Lake Bevor wir wieder sterben Ich hab ein Ich hab Schild Ich hab Schild Und Lagerfeuer Und Lagerfeuer Oh da sind Minis Nimm doch mit Geld Na warte kurz Digga wenn hole ich dies Der ist dann nicht mehr Kämpft der irgendwo anders oder was Was für Ich wurde erst mal fast angeschossen Ich glaube wir werden das nochmal aufnehmen müssen Boah Alter Reichen Die schießen halt auch durch alle durch eine Wand ne Das ist halt auch noch nüs Ich hasse manchmal diese Waffe und ich bin noch so null eingespielt Ich auch das ist das Problem Darum pushe ich jetzt auf alle Sorry aber es ist so bei mir Das ist so richtig seltsam ohne Sound zu spielen Ja mit so wenig Sound Ja mit so wenig Sound Ich hab die so leise Ich mach die ein bisschen höher Boah Ich freu mich schon auf dieses neue Konzept Alter was sie da rausgebracht haben Das ist so geil Welches? Äh wenn du Spitzhacke von deinem Freund bekommst Äh Kann dein Freund noch so fünf Minuten Also da darf halt noch nicht in dein Match gehen Äh wenn er nicht in dein Match gegangen ist Dann kann einfach dein Freund In die gleiche Runde gehen so wie du Also so ein Art Streamsniping Alles klar Alles klar Wie scheiße das aussieht alter Guck dir mal Anzug und dann so ein Gesicht ey Wie getiltet Tiltet Ja neben goldenen Orten sinds übelst viele Ja wir können aber auch dahin ne wenn du willst Ja ich glaub da wärs besser Das Problem ist wir müssen uns einspielen Ey gestern ne das habe ich leider nicht aufgenommen Ich habe einfach mit jemandem perfekt time gemacht ne Ja Das war Wann war das war ne ich auch ne Vorgestern Äh Und zwar Ich vergess' Schon gestern Ja gestern nachts halt Ich hab so perfekt einfach abgeteilt und zwar habe ich ja diesen schaulinen setup also die sind ja der typ schnippt ich ziehe ein fenster macht in dem mode einfach ja ich habe wir beide haben halt den moment gemacht gleichzeitig es gibt einen menü ja ich habe doch mal in der ecke 1 warum in dieser ecke ist hier überhaupt eine kiste ja ich habe eine goldene pamp diese gute ach du warst schon früh ja lass einfach das haus ja ich glaube da ist ein das ist bei diesen nutze ich das jetzt so die charlie mp ich nehme jack jack mit ja hier sind wir hier sind welche ja ich mache ich mache ein zig modus die schritte die sind draußen ja das Oder Film oder so. Was machst du? 300 IQ Play! Wenn du tot bist... 300 IQ Play! Oh, irgendein Alter! Ach so, ja. Ist ja normal, dass er genug ist. Ich dachte mir gerade so, hey, warum ist der genug? Hä? Du hast dich vorgestellt. Du hast dich vorgestellt. Du hast dich vorgestellt, dass er mich nicht... Also... Warum kann ich nicht... Also... Ja, das dauert ein bisschen. Dann gehen wir wieder Loot. Ah, hier holten wir Loot. Aber die Munitionskisten bestimmt nicht. Ach ja, ich hab ja einen Jack-Jack. Oh, wie oft diese Revolver in Gold. Hast du den etwa gefunden? Ja, ich hab ihn schon das dritte Mal gefunden. Diese Runde. Ja. Guck ich, hier ist einer. Bei... äh... Pleasant war einer. Und da ist noch einer. Alles klar. Wenig Münzen haben die eigentlich. Kommen sie her! Äh, hier ist mitgehe. Und ja... Ja, sag ich auch. Da ist ein epischer. Ja, Mann. Spawn-Red-Easter. Ich brauche aber noch... ähm... ein Stumm-Gewern-Normales. Ja, lass mal gucken. Oh, die End... Ähm... Das sind halt Münzen, ne? Ah, das ist das, das ist markiert. Ähm... Und Gegner. Ja, und ein anderer war dabei. Also! Der war tot direkt. Boah, ich nehmt über das... Boah, ich nehmt über das... Dein Trim... Was machst du da? Digga, trink doch den Bigi! Ich bin auf Mission. Ich lass den jetzt hier. Hier ist irgendwo ein Gegner. Ja, der hat die Münze eingesammelt, ne? Ja, ähm... Hinter mir ist jemand gelandet. Äh... Äh... Chillen Sie! Ach, da irgendwo. Da ist da. Da ist da, ich hab' ihn gefunden. Ja... Da sitzt halt... noch mehr rum, Alter. Vorsicht, da ist noch... Ich hab' ihn vor allem genommen. Ja, aber... Ja, aber... Ja, was... Fällt dir jetzt nicht so, warum? Hast du dir die Mini gedrückt? Jeder HP zählt. Ja, das ist ein Gegner. Ich mach' aber... Ein-Off-Tschund-Tick. Alter... Die Kir' mal wo' Gegner ist. Uhhh... Oh, mein Gott, der oder da macht's jetzt richtig so. Okay, der beim Baum ist richtig low. Gut, du, schieß auf. Schieß auf. Da kommt noch jemand, da kommt noch jemand. kein schild vorsicht er kämpft hier ja ich weiß dass er da ist ich habe keinen aim ich habe keinen aim alter und ich hab hier wir haben zusammen sieben und ich habe nie im runde einfach jemanden gehabt die haben zu zweit gespielt die haben 21 kids geschafft und hast du reaktive greiter die warten halt extra richtig lange auf andere einfach dass die einfach dass die das sind sogar gegner für dich ach unten ist jemand ja kämpft ja verdient so eine schwitze ein wenn man in der Nähe ist es übel schlimm nur aus den enden ging gerade unnommen hier wobei zerstören 9 es hat vorteil gegen PC spielen ich werde mir irgendwann noch also nächste woche die schatten paket aufstieg der schatten kann man noch eine runde und dann gehe ich doch dann endlich zwar eine familie ich beende einfach ja das war's mit dem video ich hoffe es euch gefallen lasst doch ein like und ein abo da falls ihr nicht getan habt aktiviert die glocke und ciao